Ich zeige euch ganz kurz, warum es wichtig ist, Coinbase zu haben, beziehungsweise egal welcher Bitcoin-Wallet, in dem Fall Coinbase, weil er sehr, sehr einfach ist, ich habe noch mehrere, aber der ist sehr einfach, in Verbindung mit Questran. Ich zeige euch das mal, warum. Weil manche in der Gruppe haben damit noch keine Erfahrung, deswegen zeige ich das jetzt. In Anbetracht, dass Freitag sind wieder Zinsen, man sollte, sage ich mal, bis Samstag die Pakete kaufen, damit sie die Woche drauf Zinsen ergibt. Ich zeige euch das mal im Kalender. Heute ist der Dienstag und wir sehen das hier, 31. Freitag gibt es wieder Zinsen, also in 1, 2, 3 Tagen. Die Pakete, die ich heute kaufe, zählen für diesen Freitag nicht mehr, sondern erst den Freitag darauf. Deswegen ist es dann wichtig, wenn ich jetzt diesen Freitag Zinsen bekomme, gleich durch die Zinsen neue Pakete zu kaufen, damit ich dann 5 Tage später die Zinsen bekomme. Solltest du hier am Sonntagabend, Montagfrüh die Pakete kaufen, zählen die nicht mehr für diesen Tag, sondern diesen Tag. Bei einem Paket mit 4 Euro Zinsen merkst du es nicht, aber wie sieht es aus bei 1000 Euro Zinsen die Woche, dann verlierst du nur wegen 2, 3 Stunden, verlierst du 1000 Euro Zinsen. Sau blöd. Also, ich zeige euch mal, warum Coinbase wichtig ist und wie man ein Paket kauft, damit ich dann am 10. diese Pakete nutzen kann. So, Coinbase ist ein Wallet, wo man Bitcoins kaufen kann, Bitcoins verwalten, bekommen, versenden. Warum Bitcoin? Bitcoin geht sowas von schnell, in der Regel zwischen 5 bis 10 Minuten, egal von welchem Kontinent, egal welche Uhrzeit, Sonntagabend, Montagfrüh etc. So, jetzt gehen wir mal auf Einloggen, BAM, Anmelden. Sieht sich jetzt ein bisschen, aber gleich sind wir drin. So, ich habe in meinem Wallet 98 Euro Gesamt, in Bitcoins hier unten 0,11 Bitcoins. Hier sind meine Konten, da gehen wir einfach mal rein. So, hier kann man Ordner anlegen, die verschiedenen Ordner für meine verschiedenen Bitcoin-Projekte. Bei Recyclix lasse ich mir ein Bitcoin-Eis zahlen. Sobald die hier drin sind, schiebe ich sie gleich weiter in Questra. Hier habe ich ein paar andere Projekte laufen und deswegen gehen wir jetzt mal hier auf auf meinen Ordner. Da sehen wir, ich habe 0,10 irgendwas Bitcoin. So, parallel machen wir jetzt auf den Questra-Ordner. So, Questra, gehen wir rein, ich logge mich ein. So, ich habe hier 29,84, das heißt, das reicht nicht für einen Koffer. So, ihr müsst auch keine genauen, geraden Zahlen schicken. Ich zeige euch das gleich. Hier ist mein Gesamtinvestment, 1710 Euro. Ich habe ein 90er-Paket, ein 90er-Paket, ein 270er-Paket, ein 18er-Paket, ein 270er-Paket. Die 180 habe ich aus Versehen das Standard-Paket gekauft, beziehungsweise ich wollte das ausprobieren und das ist dann gesperrt. Das ist das, was ich euch gesagt habe. Dieses Paket ist gesperrt für 365 Tage. Ihr könnt mit den Zinsen nicht arbeiten. 365 Tage, also streichen, erst hier anfangen. Ich habe jetzt hier, wie gesagt, ein 810er-Paket, ein 270er, noch ein 270er und noch ein 270er könnte ich zusammenkleben zu einem 810er. Ich habe euch gesagt, die Zinsen werden höher. Das kann ich tun, sobald ich den 90er habe. So, um die Bitcoins von hier rüber, darüber zu bekommen, Account, ich will Transfer Money, nächste Position von, also hier gibt es verschiedene Möglichkeiten, Banktransfer auch, aber es ist, glaube ich, limitiert. Deswegen, ich bleibe hier auf Bitcoin. Es geht am schnellsten, dauert keine 1, 2, 3 Wochen, sondern Bitcoin. Das ist meine Kontonummer, die kann man hier oben überprüfen. 2897 am Ende, 2897, next. Jetzt fragt er mich, wie viele Bitcoins möchte ich? Das ist ganz einfach. Ich gehe hier rein, ich möchte die ganze Bitcoinsumme. So, die ist hier oben drin. Einfach rauskopieren, dann bin ich auch auf 0. Ich gehe hier rüber, einfügen und next. Jetzt gibt er mir hier die Bitcoin-Adresse. Die bitte kopieren, kontrollieren, ob die 1 hier am Ende ist und das A am Ende. Dann gehe ich auf Senden, hier die Bitcoin-Adresse rein, hier diese Zahl einfach nur abschreiben. 0,010958645. Oh, eine 0 zu viel. Zack. 10958645. Bitte sehr genau sein. So, hier oben die 1 war drin, das A war drin. Und dann gehe ich hier auf Senden. Bestätigen. So, es ist gesendet. Jetzt ist es bei mir 15.48 Uhr. Ich stoppe jetzt das Video. Klebe das Video gleich zusammen, wenn das Geld bei Atlantik angekommen ist. Und dann schauen wir, wie lange es gedauert hat. Bis gleich. So, jetzt geht es weiter. Die Überweisung hat etwa 12, 13 Minuten gedauert. Sie variiert immer zwischen 2 Minuten, 5 Minuten, 20 Minuten. So, in dem Dreh war es jetzt. Ich zeige euch das jetzt mal. Wir gehen jetzt nochmal hier rein bei Coinbase. Zack, bumm. Und wir sind drin. Ihr seht, hier habe ich noch ein Guthaben von 56 Cent. Die Bitcoins sind weg. Und jetzt gehen wir rein bei Questra. Und zack, ihr seht, ich habe die 127,25 Euro. Jetzt zeige ich euch, wie das funktioniert. Ihr habt es hier Guthaben. Den Standardkoffer, Finger weg. White Koffer. Ich kaufe den White Koffer. Bestätige diesen Koffer. Habe jetzt noch 37 Euro. Jetzt gucken wir uns mal unten meine Koffer an. Hier gibt es X drin. Die sind nicht versichert. Nicht versichert heißt, ich kann jeden Einzelnen hier managen. Das heißt, ich habe hier Manager. Hier sind 25 Manager, die mein Geld verwalten. Jeder von denen hat 4% Anteilen. Einer macht zum Beispiel 10% plus. Einer macht 1% plus. Hier gibt es aber auch ab und zu welche, die ins Minus gehen. Wenn jetzt theoretisch könnte ich einen kompletten Manager nehmen, weil ich ihm vertraue. Wenn er aber ins Minus fährt, mein Koffer wäre versichert. Hier braucht man nichts versichern. Bei diesen, wenn alle die gleichen Prozente haben, hat man im Durchschnitt seine 5 bis 7%. So, wir machen diesen Insurance, die Versicherung aus. Dies kostet nochmal ein Prozent. Das wollen wir nicht. Wir wollen ja lieber die Kohle haben. So, jetzt seht ihr, dass ich 3 schwarze habe. 1,270er, noch 1,270er und 1,810er. Ein 90er hat ja etwa 4 Euro. Das heißt, wenn ich 9, 18, 27, 3 Stück zusammen, wären es 270, wären dann 12 Euro. Ist aber nicht, weil es ist ein bisschen mehr. Das bedeutet jedes Mal, wenn der Koffer steigt, kriegt er auch mehr. Wir graden die jetzt ab. Die 3 klebe ich jetzt zusammen. Upgrade. Dann sage ich, den 2. will ich zusammentun. Den 3. will ich zusammentun und schon Upgrade, zack, boom, bestätigen. Jetzt zeige ich euch das Tolle. Ich habe jetzt ein 18er und 2,270er. Jetzt ist das 2,70er wieder mit Insurance. Wir managen das. Ich tue die Insurance raus. Gehe ich zurück. Habe jetzt wieder alle in diesem Bereich. Jetzt gehen wir mal auf Upgrade und jetzt müsste das Upgrade funktionieren. 2,70 plus 2,70 plus 2,70 plus 2,70 Upgrade, Upgrade und zack, habe ich zwei 810er. Für einen 810er bekomme ich 36 Euro die Woche. Das bedeutet, ich habe zwei Stück. Heißt, ich bekomme jetzt dann 36 Euro mal 2. Das wären 72 Euro und somit bin ich fast auf meinen 90 Euro, die ich dann wochenlich brauche, damit ich hier einen neuen Koffer kaufen kann. Hier habe ich 37 drin. Das heißt, wenn ich da meine 60, 70 Euro bekomme, kann ich mir nächste Woche auch einen Koffer kaufen. Hier fehlt noch die Insurance, die nehmen wir raus. Versicherung raus, zurück. Ich habe jetzt zweimal hier 36 Euro. Wenn ich oder wenn du so viel Investment haben möchtest, dass du 90 Euro die Woche bekommst, jedes Mal einen Koffer kaufen könntest. Das wären halt jetzt 36 Euro kriege ich Zinsen bei einem 18er. Ich habe zwei 18er. Das sind 72. Bei einem 2,70er Paket bekommt man 10 Euro. 10 bis 12 Euro, rechnen wir mal mit 10. Das heißt, plus 10, plus 10, ist gleich 92 Euro. Ihr braucht ein 810, ein 810 und zwei 2,70er. Wir rechnen das zusammen. 2,70 plus 2,70 plus 810, plus 810. Das heißt, bei 2,160 Euro hättet ihr genau 90 Euro Zinsen oder ein bisschen mehr. Es schwankt ein bisschen und könntet jede Woche einen Koffer kaufen. Oder ausgerechnet 90 mal 4 Wochen wären 360 Euro im Monat. Die könnt ihr euch sofort im Bitcoin innerhalb von 5 bis 10 Minuten zurückbezahlen. Manchmal dauert es länger, manchmal auch eine Stunde. Aber das ist ja alles im grünen Bereich. So, das war es dann schon, Leute. Wie ihr gesehen habt, ich habe mir die Pakete Stück für Stück erarbeitet. Hier mal ein 90er Paket gekauft, dann mal 2,70er, eine Woche später 90er. Wenn ich Zinsen bekommen habe, wenn ich Geld von woanders bekommen habe, immer wieder rein. Das heißt, ich war nicht so flüssig, dass ich mir gleich sowas kaufen konnte. Sowas, sowas, sowas. Macht es das auch wie ich. Es ist eine geile Sache. Wenn ihr noch Fragen habt, einfach mich fragen. So, dann viel, viel Spaß. Ich habe es dann, wenn ihr euch seid. Das ist eine geile Sache. Sich Also, wiener dich. Für mich. Ich habe es versucht, mich. Für mich. Für mich. Vielen Dank.